Seriously? Hey Kinder was geht bei euch ab? Well hello! Willkommen zu einer weiteren Folge Kerle stricken Aber zuerst kommt mal ein bisschen Werbung Jeder kennt die Situation Man schreibt jemandem einen Text und möchte möglichst schnell die Antwort darauf haben So einfach ist das nicht, nicht wahr? Soll ich das schreiben? Ja Hey Dirty Ich möchte nicht nur ein Freund von dir sein Ich möchte dein Freund sein Ich liebe dich Ich hoffe du fühlst genauso Und Absinthe Dirty ist Typing Dirty typt immer noch Dirty ist Typing nach wie vor Typing 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 Punkt, Punkt, Punkt Punkt, Punkt, Punkt Typing 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 immer noch Haha Na verdammt! Aber stopp! Das muss nicht sein! Mit Beam Messenger ist dir geholfen Beam ist die einzige Messenger App die dich sehen lässt was dein Gegenüber schreibt Buchstabe für Buchstabe Das kommt einer verbalen Konversation schon ziemlich nahe Bei anderen Messenger müsst ihr warten bis die andere Person auf senden gedrückt hat und bis es angekommen ist Mit Beam ist das nicht so Ihr könnt also viel eher darüber urteilen wie ihr antwortet, was ihr schreibt Und falls euer Gegenüber es sich anders überlegt und er die Nachricht rückgängig macht Buchstabe für Buchstabe Verschwindet diese auch, es ist privat Es wird also von beiden Telefonen gelöscht Mehr Sicherheit für dich Füge deine Freunde einfach per Username, QR-Code oder E-Mail hinzu Passe dein Profil nach deinen Wünschen an Profilbild, Header-Image, was du willst Beam gibt es jetzt brandneu für iOS Die Android-Version wurde neu designt und komplett auf Deutsch übersetzt Und jetzt kommt das Beste Bee Messenger ist komplett kostenlos Also greift zu, noch heute Und da sind wir zurück Zum Hauptprogramm Ich hab nur kurz ausgezogen Ich geh B wie ein Kind Go, 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 alle zur Seite Okay, ich glaub das wird B Ich hab wirklich, ich hab's wirklich harte Muriden Es wird richtig crazy B Es ist B, alles klar B1 Ja, Makir, geh nicht da Ich glaub ich geh nicht da 1, 1 lower Oh Gott, man, wie ich's der anfrag Für unseren Mate Einen Einen hab ich Oh mein Gott Was für ne Runde, Kinder Eigentlich hab ich wieviel Assists bekommen? 100 Millionen Nur einen Also eigentlich zwei, oder? Ich hab zwei richtig hart gebumst, guck mal Okay, doch nicht Gib's zurück Shit, 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 shit Der Letzte ist einfach mitte da oben und pimmelt mich weg wie so ein Dreck sagt Wehe, der fickt jetzt noch den Mate Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ah, da sind noch zwei, okay Und er lebt nicht nach Ah, doch Wie die sich immer aufregen Wie können die immer sterben? Wewewewewe Er labert aber auch echt die ganze Zeit wie so ein Bock Ich dachte wir machen Eco Jetzt haben sie so geforstet und ich hab von nichts gewusst In der letzten Sekunde Komm, wir kaufen noch schnell was und dann rennen wir los, okay? Damit Killer nichts hat, hahaha Ich kann mir die Ahhhh Nein Haha, scheiße Ich lass doch richtig so zu mir kommen Er tinken könnte, duh Komm schon Keiner B Keiner hast Ja, was meint er mit der Werbung? Geht oder? Geht Ich denke da mach ich vielleicht, naja, ein oder zwei mal im Monat Also auf 30, 31 Videos kommt dann einmal so ne Oder zwei mal so ne Eine Minute bis zwei Minuten Ding Oder ich sag einfach nur kurz im Video was Das cool ist halt, ich kann damit komplett diesen App Wow Ich kann damit komplett die Nein, er läuft mir nicht her, wir sollt Bock Ich kann damit halt einfach die, äh, Blockweisen für Werbung umgehen Da müsst ihr tatsächlich dann einfach gar nichts machen Ihr müsst nicht irgendwas kaufen, rumklicken oder was weiß ich Einfach nur ganz normal, ne, Pipapo Ihr könnt auch nach wie vor eure Programmchen anhaben Alles cool Und trotzdem unterstützt ihr mich Ist das nicht schön? Ich hab euch komplett die unterstützende Arbeit abgenommen, wenn man so will Ist das nicht schön? Ich bin letzter, super Aber die Nate hat gesessen, oder? Hey, bringt voll auf die Nuss hier Wow Alter Na vielen Dank, mein Herr Na vielen Dank, mein Herr Oh, hat er ein schönes Messer, habt ihr das gesehen? Mhm So ein geschwungenes Ganz, ganz schickes Er hat noch 19 AP Hätte jetzt irgendwie ihn aus Versehen getroffen Jetzt kommen sie B Jetzt kommen sie B Oh Gott, ich merks Bombe lang Shit Oh my God Lauft Achso, das ist ja Boah, er war auf lang, oder? Wohohoho Oh Gott, Mann Ich weiß nicht, was ich machen soll Ich will die AWP aufheben und die AWP da ficken Ich will die Rakala holen Aber nein So, jetzt ist die AWP noch da Wahrscheinlich in der Gruppe So wie ich sie bin Wie lauft, ne? What? Good info Oh, sorry Es ist lang What? Dude, what? Ich werde mit euch jetzt kommen sie wirklich B Jetzt wo ich grad nackt dastehe Mit dieser scheiß P250 Wie so ein Bock Weißen Decoys und schleichen die ganz gemütlich irgendwo lang Irgendwo kommen sie durch Oh shit Oh Alter Nur noch zwei Die sind hier schon drauf Die sind an dem vorbeigegangen Ohhhh Oh my God No, 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 no One side, side Behind you Der stand in diesem scheiß Blut drin Ich hab nen net gseh, du Jetzt mich alles so vorausvoll angucken Gut gemacht, Killer Gut gemacht, du Ficker Mir war schon ein Alang, glaub ich Übrigens seht ihr meine Haare? Meine Freundin hat mir die Haare geschnitten Nie wieder zum Visor, Junge Wir haben für ein paar Euro so ein Haarschneide-Ding geholt So ein Rasierer und sowas So ein bisschen mal rumprobiert Es ist noch nicht so ganz fertig Aber was soll man machen? Was soll man bei sowas einfach machen? Da machst du nix Oh mein Gott, der ist nicht durchgerannt Ohhhh Ich bin endlich mal ne bunte M4 Guck mal, ich bin die ganze Zeit mit dem Mit dem Noodle Skin Woop Oh my God, why you picked them ass? Oh my God Mann, ich hör die nicht Er muss aber auch genau dann labern Oh mein Gott, oh mein Gott So ein behinderter Ich laber ich, wenn ich erschossen werde Ja mit euch Nicht in game Das wär einfach ein Triple gewesen Oh my God A Triple Ah, immerhin haben sie die Runde geholt Mann, Mann, Mann ey Was ein Scheiß Auf der anderen Seite mit der P90 wäre das nicht passiert Die wären alle tot gewesen Ah, diese Scheiße hier Ah, fuck man Dinge Dieses kleine Stück, was mit deinem Weg war jedes Mal Ich wusste, dass ich ihn nicht sehe, aber er sieht meine Füße Ah, wie behindert Wie mich die Map einfach gerade gefickt hat Und dann musste ich fortlaufen Und wenn ich hinten rüber renne, ist es direkt wieder Uuuuh, Killer Ey Ja, ja, ihr Nase Peter Aber naja, ist ja schon gut Ist schon gut Wir spielen schon ein bisschen gut Ich hab mal jetzt auf die Eier geschossen War natürlich auch ein kleiner Fehler, ne Aber so ein guter Eiershot, oder? Kann man nicht sagen Oh, die Bombe ist schon durch Feuer, Feuer, Feuer Ah Nein Wollte nicht ins Feuer rennen Niemals ins Feuer rennen Lieber knifen lassen Um Himmels Wille Wie auf die Nase bekommen Guck dir die Stats an Shit Was ist das eigentlich für ein Ficker Richter Der die ganze Zeit D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Na wieder 50 Weil ich so rum aim wie so ein Fünfjähriger Wie ein Fünfjähriger Schon ein bisschen besser Hätte ich schon fast Dreijähriger gesagt Aber das wäre hart gewesen Popeye Gehen wir rein Da war nur einer Bomb Down Cutters Dann kommt die Arme wieder hoch Was ein Pärchen einfach warten sollen Ich bin Käpt'n Einsicht Ich hätte warten sollen Shit Alter, es ist einfach Heute ist der Wurm drin Heute ist der Wurm drin Ja Geht da Da hat einfach mal Städträger Warf der Penne Er will B gehen Wir standen so schlecht Für B wie es nur geht Eigentlich Also einer stand gut zu Warnfaken Aber das war's auch Jetzt gehen wir B Komm, 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 komm Und ich krieg den Killer doch geklaut, Mann Ich hab schon wieder drei Assists Das ist voll ärgerlich Campen Ich hab nach hinten geguckt Du vertrottelter Vollidiot Hinter uns wird einer geneift Und eher Hör auf nach hinten zu gucken Du Ischlo Yeah Na gut, ich kann verstehen Wenn man dann doch so komische Sachen Hinweise gibt Sag ich mal Weil man oft mit totalen Vollidioten zusammen spielt Die eben nicht richtig spielen Die einfach irgendwas alleine machen Und was weiß ich Aber er kippt mich doch jetzt schon einige Runden lang Ich mach das nett Ich spiel immer mit den Leuten mit Ja, ich bin immer dabei An der Front Kann ich bitte durch, danke Nice Joker Immerhin sind die Mates gut Ich muss mich doch einfach Ich muss es mir angewöhnen Wenn ich irgendwie noch Zeit hab Dass ich mich da vor kurz einspiel Und mich einfach wie so ein nasser Hund Und hier Dass das Tue voll klar Und mich einschalten Das wird doch wohl irgendwie zu schaffen sein Lass mich mal durch Lass mich mal durch Lass mich mal durch Lass mich mal der Baba mache da Oh Gott, na, aber geht ihr vor? On spot one Teamleistung, top Top Weil ich die AWP natürlich auf mich gelogt Gelogt hab Ich hab sie auf mich gelogt Los geht's, Kinders Niemand sagt was an Was wollt ihr denn jetzt? Wir sind dauernd ihre Pläne ändern Wir gehen doch nicht da lang Boah, fast den Maid angeballert Nein Ja, ich hab einen Kill geklaut Gott bin ich gut One side, A side Mit einer Mit seiner MP8 oder was es da ist Was ist das? Mit seiner MP auf jeden Fall Man wird einfach auf B gehen sollen Captain Hindsight Uuuu Ich bin mir sicher Wir hätten Nicht sterben dürfen Guck wie er auf uns zielt Ich mach euch kaputt Während ich hier mal kurz telefonieren Biep, 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 hallo? Angela, ja ich bin's Ich bestell noch ein Diffusel Für nechstund Seriously? Ich bin froh, wenn ich jetzt Gerausche vor diesem sexy Dödel Nicht mehr hören muss Oh mein Gott Zum Glück hat er den Fehler Seines Lebens gemacht Und ist wie so ein Bock Da rumgesprungen Drop me P90 Drop me P90 Drop me P90 Drop me P90 No Ja, drauf 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Nice Alter, wie sie eskalieren Das war gerade eben eher ein Verhaltener Rush Wie so ein Mööschen Wir werden doch was nicht noch gewinnen hier Kinder Meine Freundin meinte ich Simples aus dem Macklemore Jetzt mit den Haaren Macklemore Eigentlich ist das der Haarschnitt Den ich immer vermeiden wollte Dieser Yolo Swagger Hipster Ficker Haarsch Aber wir haben da einen Fehler gemacht Ich schnaufe Yeah Nicht gewinnen Aber einen Draw rausholen meine ich Wow Aber die war noch Das war noch nicht schlecht Na ja Soweit zu gut War echt ein baddest game Ich weiß, aber na ja Vielen Dank fürs zu sehen Bis zum nächsten Mal Hier wird ganz viel geschehen Schaut mal Huuuup Ist das ja gut? Torpedo und Somka Meister haben mir da nämlich einiges geschickt Und ja Vielen Dank an euch Macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao, ciao